Die Nachtschicht meldet sich zum Dienst. Wir haben gar nicht geschlafen. Ihr habt nicht geschlafen. Keine Sekunde. Warum du nicht? Ich habe es versucht, ich bin ins Bett, aber ich bin kein so auf den Klopfdruck Einschlafer. Und es ging einfach nicht. Da gibt es Mittel und Wege. Nee, aber ich habe auch keine Sekunde geschlafen, weil meine Nachbarn eine Summerparty auf der Terrasse feiern. Ihr netten Nachbarn. Hallo, schön. Das kann ja eine Nacht werden. Ihr könnt euch freuen auf acht schöne Stunden durch diese ganze Nacht. Bis morgen früh um sechs, dann lösen wir euch wieder ab. Aber wir haben ja erst, bevor wir euch alleine lassen, noch etwas aufzulösen. Ihr habt uns ja vor acht Stunden eine Challenge mit auf den Weg gegeben. Sehr hinter vor sich finden wir einen Alphornbläser, der Looking for Freedom von David Hasselhoff bei uns im Studio spielt am Sonntagabend um zehn. Aber wir haben ja Antenne Bayern und Antenne Bayern Hörer und das ganze Antenne Bayern Land. Und deshalb haben wir nicht einen Alphornbläser, sondern wie ihr vielleicht auf dem Weg ins Studio gesehen habt, ganze sieben. Und ich schalte jetzt raus vor das Studio, weil im Studio war es ein bisschen zu eng, zur Schiederin, die auf dem Weg ist für den Jungs. Und da musste ich auch sein, wo sie sind. Die Sieben werden also hunderte Alphornbläser haben können. Ja, aber wenn Sie auswählen im Allgäu. Grüß euch, warum? Ihr seid extra zwei Stunden angereist. Natürlich, nur für die. Für mich? Natürlich. Ja, für die machen wir doch alles. Das ist schön. Habt ihr vorher üben müssen oder könntet ihr das jetzt so aus dem Steg reichen? Also wir haben noch ganz kurz an der Autobahnraststätte noch einmal durchgespielt. Und ein bisschen was getrunken dazu oder ging es? Ein kleines Bier hat es gegeben auf der Fahrt. Also es ist alles befeuchtet. Muss es feucht sein, das Mundstück, damit es funktioniert, das mit der Luft? Ja, also trocken darf es nicht sein. Trocken darf es nicht sein. Wir werden es hören, ob es trocken oder feucht genug ist für das, was wir jetzt hören wollen. Lieber Stefan, lieber Leich. Und gestern würde ich sagen, die Herren, der uns soweit jetzt ist, Looking for Freedom, bleibt auf dem Alltauschen geplant. Und bitte sehr. Untertitelung des ZDF, 2020 Und bitte sehr. Ja, das ist ein Kracher. Okay, super. Dicken Applaus, Jungs. Sensation. Und ich schmeiß mein Autoradio raus, du fahrst ab sofort bei mir mit. Unfassbar. Das ist toll. So, also diese Challenge wird mit. Und nochmal vielen herzlichen Dank an die Wegener Alphornbläser aus dem Alphorn. Fantastisch. Schön, 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 schön. So, jetzt bekommt ihr natürlich auch wieder eine Challenge, meine Lieben. Bis morgen früh um 6 Uhr. So, nachdem ihr uns letzte Nacht so beschäftigt habt mit eurem Hit-Rätsel, 10 Hits in 10 Sekunden, haben wir auch ein Hit-Rätsel für euch vorbereitet. Das hält euch wach. Dann könnt ihr euch die Zähne ausbeißen. Ihr habt 8 Stunden Zeit, diese 10 Hits, die in diesen 10 Sekunden verpackt sind, alle zu entschlüsseln. Und, bitte sehr, einmal Probe hören. Das Mittelding ist ja viel. Du hast jetzt schon 9. Ich war bei 5 gerade mal. Ich war bei 9. Also, wir fragen ab morgen früh 22 Uhr. Äh, morgen früh 22 Uhr. Du bist auch schon im Tunnel, oder? Tunnel. Ich gehe jetzt auch ins Bett und wünsche euch eine tolle Nacht. Und euch natürlich überall in Bayern und in ganz Deutschland und auf der ganzen Welt, wo man uns hören kann. Überall. Viel Spaß mit der Nachtschicht, Laiki und Julia und natürlich den nächsten Hits im Countdown. Die Fantas kommen jetzt auf Platz 268. Servus, bis morgen. Ist es die da? Die da?